Wer sind die reichsten Schweizer? Klaus-Michael Kühne von der Firma Kühne und Nagel mit einem Vermögen von knapp 24,2 Milliarden Euro. Der heutige Logistikkonzern wurde 1890 von August Kühne und Friedrich Nagel in Bremen gegründet. Über die Jahre hinweg entwickelte sich das Unternehmen von einer einfachen Spedition zu einem weltweit agierenden Logistikdienstleister. Somit verbindet die Firma über ihr Logistiknetzwerk 106 Länder miteinander und betreibt 1300 Niederlassungen weltweit. Insgesamt organisiert Kühne und Nagel die Logistik von knapp 400.000 Unternehmen. Im Jahr 2022 machte die Firma einen Umsatz von knapp 39,4 Milliarden Schweizer Franken und beschäftigte rund 80.334 Mitarbeiter. Für mehr solcher Videos folgt dem Kanal, denn es stellt sich die Frage...